Zeigt sie mal auf, die wissen, was drei ist. Wahrscheinlich die wenigsten. Habt ihr schon mal einen? 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 Zwei? Schaut her. Drei. Drei. Drei ist eigentlich die hohe Schule des Motorradfahrens. Es ist langsam und es ist schwierig. Und die Verletzungsgefahr ist auch relativ kling, aber diese Sachen... Die Puschen sind alle relativ durchdanniert natürlich, aber es ist wirklich extrem schwer. Aber jeder, in der Regel, werden da zwei Tag Motorräder verwendet. Die Drehung ist schon nicht gut. Drei, da hinten, 0,5 Partner. Das ist ein schöner Willi. Willi heißt das nicht. Das machen wir dann auch. Ja, ja. Wie du sagst, das ist Höhe, das geht im Motor. Das Motorrad rein, dass ich das nicht sehe. Das Motorrad ist mit der Grenze. Der Motorrad ist mit der Fussbremse und der Natur ist alle vom Wind oder auch sondern ... ... spremst der Nadap. Sov patron. Der Thorne ist mit der Grenze. Der Schwebeklote. Das Motorrad geht jetzt also mit der Oberrad. Das Motorrad ist mit der Grenze. GFC, wenn man sich alle auf dem Fuß , die sind im Näher Töne GFC, D.C E.G E.G GFC, D.C Wie? Ich habe es nicht mehr gemacht, okay? Wir sind jetzt gut. Wir sind jetzt gut. Ich habe es nicht mehr gemacht, aber wir sind jetzt gut. Wir haben mehr Kacke noch ein bisschen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.